herzlich willkommen zu unserem tutorial für alle bookanfänger und einsteiger dieses tutorial richtet sich vor allen dingen an jene leute die ihr erstes buch schreiben wollen oder bereits ein erstes oder zweites veröffentlicht haben weniger an die wirklich schon fortgeschrittenen und profis die sich eher dem marketing widmen wollen in diesem tutorial geht es wirklich schritt für schritt darum wie lege ich mein erstes buch an oder importiere es welche schritte sind anschließend zu tun um es bis zur fertigstellung zu bringen wie veröffentliche ich das buch nachher und anschließend eben auch was ist dann im anschluss an die veröffentlichung notwendig was ist noch beim veröffentlichungsprozess notwendig gerade beim distributor stichwort metadaten also sowas wie keywords und kategorien und last but not least dann eben auch ein paar worte zur buchvermarktung starten wir gleich durch mit dem ersten der mit der ersten frage und zwar wie lege ich mein erstes buch an das geht sehr sehr einfach in book und zwar ganz einfach über den button neues buch projekt erstellen respektive eines importieren wie gesagt du kannst ein buch entweder komplett neu anlegen wenn noch keinerlei manuskriptdaten dafür existieren das heißt du startest wirklich von null bei book oder du importierst eben eine docx datei die du unter umständen bis jetzt eben schon geschrieben hast das können auch bücher sein die bereits fertig gestellt sind und die du gerne in book mit anlegen möchtest um dann eben entsprechend die verbesserungen aktualisierungen bei book immer durchzuführen oder eben auch später dazu kommen wir dann am ende 2020 eben dann auch lektorate darüber durchführen zu lassen oder eben auch einfach book dafür zu nutzen um eben das korrekte format dein buch ins korrekte format zu exportieren da ja jeder distributor unterschiedliche format ansprüche hat oben siehst du jederzeit in der schnell navigation wo du dich gerade befindest in welchem schritt der bucherstellung du wirst ja bei book das ist ganz schön als anfänger und starter der sich gerade erst ein gerufen will in die in diese ganze materie höreste eben ganz schön schritt für schritt durch den prozess geleitet ich nehme dich jetzt einfach mal mit nach vorne in das back end von book nachdem wir uns eingeloggt haben steht dir ja diese benutzer oberfläche zur verfügung und wie du hier schon sehen kannst im buch manager kannst du entweder das buch projekt erstellen oder eben eines importieren das möchte ich nur ganz kurz andeuten wir nehmen hier mal das muster projekt und sagen das ist beispielsweise noch nicht veröffentlicht dann würden wir es ganz normal selbst erstellen hier kannst du immer auswählen ob ratgeber oder sachbuch oder eher ein belletristisches werk das hat nachher eben zur konsequenz wenn du belletristik anklickst dass du dann eben auch die reiter storyboard und charaktere freischelst die man beim ratgeber bei dem sachbuch ja nicht braucht kurz zur erklärung den buchinhalt zu importieren ist sehr sehr einfach und unwahrscheinlich praktikabel wir nehmen jetzt einfach mal hier eine docx datei als beispiel datei und wenn du dieser diesen docx format oder dieser datei eben vorher schon gliederungspunkte zugewiesen hast was ja bei word ganz normal geht es geht ja bei book mittlerweile alles in beide richtungen das heißt du kannst entweder die manuskripte aus book heraus in das entsprechende format direkt exportieren oder du importierst eben inhalte wie jetzt hier dann erstelle ich das buch und was ganz schön ist er übernimmt mir eben direkt hier siehst du dann im titel und gliederung direkt meine titel und untertitel punkte und dadurch habe ich direkte gliederung mit importiert auch mit allen unterpunkten wunderschön und das heißt eben auch im buch projekt selbst haben wir genau dieselbe möglichkeit das heißt auch hier wird direkt der buchinhalt mit formatierungen mit importiert gewisse dinge gehen noch nicht wie formeln oder solche geschichten die aber auch in der regel eigentlich kaum in dem buch zu finden sind wichtig ist eben dass vorher schon die gliederung zugewiesen wurde in word und dann kannst du direkt loslegen autoren name eintragen ist nachher wichtig weil das eben mit auf in den export mit aufgenommen wird dann geht es zu der marktanalyse dazu komme ich in diesem video dann erst im anschluss wir definieren unsere zielgruppe sehr sehr wichtig weil wir eben dadurch mehr uns eine art avatar erstellen können einen gedanklichen avatar das heißt ein beispiel eine fiktive beispiel persönlichkeit für die wir dieses buch schreiben und das ist sozusagen die kernessenz der zielgruppe also ich könnte jetzt hier zum beispiel sagen rentner 60 alter 60 plus und je detaillierter ich das mache umso einfacher ist nachher nicht nur das buch zu schreiben sondern es auch entsprechend zu vermarkten die genres sind später genres die du bei amazon hinterlegen kannst die aber dann bei amazon immer im frontend anders aussehen als im backend das zeige ich dir dann kurz im anschluss grundsätzlich sind mit genres folgende genres gemeint und zwar jetzt nehmen wir einfach mal was sagen wir denn nehmen wir einfach mal einen revives roman den ersten den oder einen der ersten den wir hier angezeigt bekommen und unter genre oder genre kategorien ist eben das hier gemeint also diese subkategorien bei amazon die nachher wichtig sind denn hier zum beispiel nummer 408 bedeutet man hat überhaupt keine sichtbarkeit mehr für dieses buch alles was unter 100 ist bekommt eben noch sichtbarkeit aber dazu zeige ich dir nachher im kapitel metadaten etwas mehr sehr gut du kannst hier übrigens dann später auch wenn mal einige buchprojekte angelegt sind vorherige zielgruppen laden und entsprechend hier einfügen usb und keywords ist wichtig du brauchst ein alleinstellungsmerkmal für dein buch und und im belletristik bereich nennt man das dann wenn man denn zum beispiel an den agenten herantreten möchte auch die sogenannte logline musste man ja dann können wir hier auch gleich mal ein paar schlagworte versehen das können wir auch im rahmen der metadatenanalyse machen das können wir auch machen während wir das buch schreiben wenn uns ein gutes stichwort einfällt für das wir denken später ja interessenten danach suchen dann ist das eine sehr gute ausgangsposition um diese eben hier mit einzufügen ich könnte jetzt hier eben max max mustermann all das geht und dadurch habe ich später eine schöne übersicht und verdiene meine keywords nie wieder dann mache ich mir gedanken um den plot das heißt grundsätzlich gliedert man einen plot in anfangskonflikt wende punkt und auflösung des konflikts und schreibt dann anhand dessen eben ein sogenanntes storyboard und dieses storyboard kann ich sehr schön ähm äh 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 Und dieses Storyboard kann ich später eben auch sehr schön verschieben. Das heißt, ich baue mir hier direkt meine Story zusammen und verliere auch die nie wieder. Sehr, sehr schön. Grundsätzlich, du kannst jederzeit alles immer als PDF exportieren und damit das dir zum Beispiel daneben legen, damit du nicht immer hier hin und her springen musst. Charaktere gilt dasselbe wie bei der Zielgruppe. Auch hier kannst du die Charaktere anlegen und mit verschiedenen körperlichen, sozialen und geistig-seelischen Dimensionen ausstärken. Wichtig, denn später wirst du immer wieder, gerade beim belletristischen Werk, eben auf deine Charaktere zurückkommen und gucken, dass dir da auch keine Fehler unterlaufen sind. Titel und Gliederung, die habe ich jetzt sogar schon mit importiert. Du kannst Gliederungspunkte jederzeit hinzufügen. Ganz einfach mit Enter. Untergliederungspunkte werden so hinzugefügt. Hier legst du Buchtitel und Untertitel an, auch später dann im Rahmen der Veröffentlichung sehr, sehr wichtig. Und dann geht es eben schon an den Buchinhalt. Du bekommst immer die Gesamtanzahl der Wörter mitgeliefert und kannst eben hier dann dein Buchinhalt hinzufügen, schreiben, von hier überall ausschreiben. Sehr, sehr schöne Sache. Wenn du beispielsweise auf den Bus wartest, kannst du dein Handy rausziehen, dich bei Buk einloggen. Du brauchst lediglich eine Internetverbindung und kannst eben dann da an deiner Story weiter tippen. Das ist das Schöne an dieser Cloud-Lösung, dass eben alles von überall möglich ist. Wenn du Stichpunkte einfügen willst, Listen einfügen willst, Bilder einfügen möchtest, Tabellen einfügen möchtest, alles kein Problem. Dann gehen wir weiter zur Titelei. Hier sind dann letzten Endes, nachdem du den Buchinhalt fertiggestellt hast, geht es dann darum, eben diese Impressumsdaten mit auszufüllen. Das ist einfach wichtig, damit das nachher eben auch einen seriösen Eindruck macht. ISBN benötigst du. Entweder du kaufst eine beim Verzeichnis lieferbarer Bücher bzw. beim Marketing- und Vertriebsservice des deutschen Buchhandels. Oder du nimmst eben eine ISBN von einem der Distributoren, für die du dich entscheidest. Dann geht es weiter eben zu einer Eigenkorrektur des Textes und einem Lektorat. Wie gesagt, später in 2020 wirst du auch direkt Korrektoren und Lektoren hinzubuchen können. Ein Buchcover kannst du direkt mit importieren, wenn du denn möchtest. Ich habe jetzt einfach mal hier beispielhaft das hier mit eingefügt. Und dann bekommst du auch selbst als kostenloser User eben ein Zweier-Paket Mockups direkt geschenkt, die hier im Hintergrund generiert werden. Du kannst ruhig auf Weiter klicken und später kommen wir nochmal zurück und dann sehen wir, da werden die Mockups schon generiert worden sein. Last but not least, bzw. vor Last but not least, kommen wir dann eben zum Buch Export. Du musst die Datei ja anschließend bei einem Distributor deiner Wahl hochladen, damit du sie veröffentlichen kannst. Davor gilt es natürlich, diese Datei zu exportieren. Du musst natürlich wissen, welches Format der jeweilige Distributor von dir verlangt. Du kannst hier die Schriftgröße auswählen, die Schriftart auswählen, linksbündig Blocksatz. Fürs Taschenbuch beispielsweise, wir sagen Taschenbuch, wir nehmen den Distributor BOD zum Beispiel und sagen, wir wollen es in A5 veröffentlichen. Und mit einem Klick exportieren wir die ganze Geschichte und haben dann eben schon ein fertiges Buchprojekt, das dann folgendermaßen aussieht. Wir aktivieren die Bearbeitung, klicken hier auf OK, dann generiert er uns das Inhaltsverzeichnis direkt automatisch und schon haben wir ein fertig gesetztes, gut aussehendes, seriöses Buch. Ja, damit du das Ganze auch veröffentlichen kannst, ist wichtig, dass du dich eben für einen Distributor entscheidest. Das ist auch hier nochmal ganz klar erklärt. Wir könnten zum Beispiel BOD nehmen. Je nachdem, für wen du dich entscheidest, sind natürlich unterschiedliche Exportanforderungen vorhanden. Das heißt, das haben wir aber alles bereits abgefangen. Du kannst zum Beispiel Hardcover bei BOD e-Publi und Tradition veröffentlichen, Taschenbücher bei BOD e-Publi, KDP, wo auch immer. Und dazu haben wir immer schon die passenden Formate voreingestellt. Das heißt, du musst sie lediglich exportieren und hast bereits das passende Taschenbuchformat vorhanden, was dir eben die ganze Formatierungsschwierigkeiten deutlich erleichtert. Genau, wir kommen zur Veröffentlichung. Grundsätzlich empfehlen wir immer, sowohl E-Book als auch Taschenbuch zu veröffentlichen, weil es eben unterschiedliche Kunden und Zielgruppen anspricht. Die einlesen lieber auf dem E-Reader, während andere, wie ich zum Beispiel, immer noch das klassische Taschenbuch bevorzugen. Wir entscheiden uns für einen. Nehmen wir beispielsweise KDP. Dann würden wir uns eben in unseren KDP-Account einloggen und würden dann entsprechend hier im Bücherregal ein neues E-Book erstellen. Und würden dann eben sagen, ja, erstelle uns das neue E-Book. Wir gehen hier Schritt für Schritt durch, geben diese ganzen Metadaten eben beim Distributor ein. Sagen Autor, Auflage, Buchbeschreibung und so weiter und so weiter. Und werden hier eben beim Distributor unserer Wahl, je nachdem, für wen wir uns hier entschieden haben, eben auch Schritt für Schritt durch die Veröffentlichung geleitet. Das Taschenbuch muss in einem PDF-Format hochgeladen werden. Das E-Book in der Regel in einem .docx-Format, in einem .mobi-Format oder in einem EPUB-Format. Das .docx-Format ist eigentlich das. Das kannst du bei Book dir ohne weiteres exportieren lassen. Und das ist eigentlich auch das, was bei den allermeisten Distributoren funktioniert. Demnächst wird ohnehin auch der EPUB und der Mobi-Export freigeschaltet. Ja, und damit hast du bereits den ersten Schritt oder den größten Schritt getan, das Buch zu schreiben und eben auch beim Distributor deiner Wahl zu veröffentlichen. Ja, damit ist es aber noch lange nicht getan, denn wenn wir beim Distributor unser Werk veröffentlichen, werden wir nach sogenannten Metadaten gefragt. Zu den Metadaten gehören Keywords, da gehören Kategorien dazu, da gehört die Buchbeschreibung dazu, da gehört aber auch sowas wie der Autorenname dazu. Wir beziehen uns jetzt hier bei den verkaufsrelevanten Metadaten wirklich auf Kategorien und Keywords. Ja, diese Metadaten sorgen eben dafür, dass dein Buch hoffentlich nachher in den Online-Shops sichtbar ist. Das heißt, du veröffentlichst dein Buch bei einem Distributor und dieser distribuiert, wie der Name schon sagt, dein Buch, E-Book, Taschenbuch, Hardcover in die jeweiligen Online-Shops. Je nach Distributor ist es unterschiedlich. Während BOD zum Beispiel fast in alle Shops hinein distribuiert, ist zum Beispiel bei Amazon KDP es so, dass man lediglich bei Amazon nachher das Buch veröffentlicht. Das heißt, auch hier ist einfach, musst du dir Gedanken machen, wo möchte ich sichtbar sein. Bei BOD zum Beispiel gelangt man dann auch, ist man dann zum Beispiel für den Buchhandel bestellbar, während das bei KDP Amazon nicht der Fall ist, wenn man deren ISBN nutzt. Ja, Metadaten, wie gesagt, bestehen aus zwei Hauptblöcken. Das eine ist das Genre, die Kategorien und das andere sind die Keywords. Gucken wir uns mal an, was das für uns bedeutet. Und zwar, die Keyword- und Kategorien-Recherche sind wichtig, aber auch sehr mühselig. Ja, Buch unterstützt dich mit nur einem Klick attraktive Subgenres oder Kategorien bei Amazon zu finden und relevante Keywords zu eruieren. Schließlich müssen nachher ja Leute, die nach irgendeinem Thema suchen, zum Beispiel ein Kinderbuch zum Thema Auto für unter Dreijährige, dann sollte eben, wenn du dazu ein Buch geschrieben hast, sollte eben dein Buch auch gefunden werden, wenn das jemand im jeweiligen Online-Shop eingibt. Aber das kann natürlich, wenn du die Keywords richtig triffst, zu mehr Sichtbarkeit für deine Titel im Online-Bereich führen. Metadatenoptimierungen machen sich in der Regel immer unmittelbar bezahlt. Das heißt, wenn du besser sichtbar bist mit deinem Buch, dann heißt es natürlich auch, dass mehr Leute auf dein Buch stoßen und in der Regel eben auch mehr Leute dein Buch kaufen. Es sei denn, du hast nur ein Sterne-Rezensionen oder das Buch ist schlecht bewertet. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, weswegen es dann nicht funktioniert. Oder eben sehr schlechtes Cover, schlechten Titel, schlechte Buchbeschreibung. Das sind so die Faktoren, die eben nach und nach auch unbedingt von dir optimiert werden müssen. Ja, Keywords schaffen Reichweite. Keywords sorgen dafür, dass Interessenten dein Buch finden können. Das heißt, nimm dich selbst als Kunde. Du gehst auf Amazon beispielsweise und suchst eben Kinderbuch, Auto unter Dreijährigen. Und je nachdem findet man eben etwas oder man findet nichts. Wir können uns das Ganze ja mal hier angucken. Gehen auf Amazon und tippen ein, Kinderbuch, Auto, oder sagen wir mal ab drei Jahre. Und sehen dann, was wir da so ausgespuckt bekommen. Und sehen eben, dass es da eine ganze Menge an Auswahl gibt. Wunderbar, super gut. Genauso soll es sein, ja. Und wenn du das eben gut verschlagwortest, das heißt, gute Keywords für dein Buch zugeordnet hast, dann ist es etwas, wo dein Buch unter Umständen eben auch auftaucht. Grundsätzlich eben, der User sucht per Keyword ein Buch. Das heißt, das Keyword kommt immer sehr oder ist sehr themenrelevant und sehr themenspezifisch. Ja, wie nutzt man jetzt Keywords, damit dein Buch gefunden wird? Man kann diese Keywords eben in Untertitel und Titel einweben. Man kann sie in den Beschreibungstext einweben, den du beim Distributor im Veröffentlichungsprozess eben angeben musst. Oder auch beim Distributor möglich sind eben sogenannte hinterlegbare Keywords. Das heißt, jeder Distributor wird dich auch noch mal fragen. Hier, bitte gib mir noch fünf, sechs, sieben weitere Keywords oder Keyword-Kombinationen an, unter denen eben dein Titel gefunden werden soll. Grundsätzlich sind Titel und Untertitel und diese hinterlegbaren Keywords beim Distributor eben sehr, sehr wichtig, damit dein Buch auch organisch gefunden werden kann. Organisch heißt in dem Zusammenhang eben nicht durch bezahlte Werbung, sondern einfach dadurch, dass jemand auf der jeweiligen Seite des Online-Shops sucht. Wir haben jetzt zum Beispiel das Keyword oder diese Keyword-Kombination Kinderbuchauto ab drei Jahre gewählt und sehen dann eben, wenn wir genau diese Keyword-Kombination zum Beispiel nutzen würden, hätten wir wahrscheinlich sehr gute Chancen, hier unter den ersten Ergebnissen zu erscheinen, was natürlich eine super Sache ist, weil das einfach wahrscheinlicher macht, dass jemand unser Buch auch kaufen wird, wenn es uns denn vom Cover her anspricht und von den Rezensionen eben auch positiv aussieht. Ja, diese Keyword-Suche, dabei unterstützt dich Buk eben, ja, ziemlich ausführlich. Und zwar gibt es hier bei den Keywords unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Ersten eben das Autocomplete, die sogenannte Autovervollständigung, das sind Suchbegriffe und Begriffskombinationen, die Menschen auf Amazon suchen. Gucken wir uns mal kurz an, das Autocomplete, hier könnte man zum Beispiel sagen Kinderbuchauto und würden dann sehen, wenn wir alle Kategorien wählen, was denn grundsätzlich die Leute auf Amazon am häufigsten suchen, welche Keywords und Keyword-Kombinationen, die mit dieser Keyword-Kombination in dem Fall eben zusammenhängen. Kinderbuchauto. Wir könnten jetzt sogar auch spezifisch in einem, in einem Segment suchen, eben entweder im Bücher- oder im Kindle-Shop, das wäre der E-Book-Shop und könnten dasselbe nochmal abfragen. Interessant wäre zum Beispiel Kinderbuch, lediglich Kinderbuch und dann könnten wir sehen, ja, welche Themen werden denn ganz besonders häufig, ja, gesucht. Das wäre zum Beispiel ab, genau, also stark, hier sieht man zum Beispiel sehr stark konzentriert auf die Altersgruppe, ja, das ist ja klar, die Eltern suchen, haben ein zweijähriges Kind zum Beispiel und sagen dann, okay, ich suche ein Kinderbuch, aber erst ab zwei Jahre. Und dementsprechend sind das Keyword-Kombinationen, die sehr, sehr gut sein können, die wir zum Beispiel nutzen können bei den Keywords, die wir beim Distributor hinterlegen können. Hier bei KDP Amazon wäre das hier im zweiten, nein, hier unten in diesem Schritt. Hier sind es diese Stichwörter und wir könnten zum Beispiel sagen, ah ja, das ist wirklich gut, Kinderbuch ab zwei Jahre, wenn das jemand eingibt, dann soll ich gefunden werden, dann würde ich das eben hier mit aufnehmen. Dasselbe gilt dann auch später, wenn ich zum Beispiel mein Buch bewerben will, was ja auch bei Book geht, wozu wir noch kommen, auch dann könnte ich zum Beispiel diese Keyword-Kombination bewerben. Wenn ich die jetzt meinem Buch zuordnen möchte, dann ist es auch super einfach, und zwar klicke ich einfach hier rechts auf diese Keyword-Kombination, meine Buch zuordnen, füge das Keyword-Kinderbuch ab zwei Jahren einem der folgenden Buchprojekte zu. Wir haben jetzt nur eines angelegt bis dato und wir klicken hier drauf und zack und haben das zugeordnet und sehen dann eben hier im entsprechenden Schritt USP und Keywords, dass das Keyword hier mit aufgenommen wurde und damit verlieren wir eben nie wieder die Keywords, die wir einmal recherchiert und eruiert haben. Ja, das ist die sogenannte Autocomplete-Funktion, die wirklich tolle Hinweise gibt darauf, was suchen die Leute und welche Keyword- und Keyword-Kombinationen vor allen Dingen, welche Spezifikationen, also nochmal zum Thema Kinderbuch, suchen sie denn? Unabhängig von dem Alter, wäre das zum Beispiel Bagger. Ja, anscheinend suchen wirklich viele nach Kinderbuch Bagger, auch ich kann mich da in meine Kindheit zurückversetzen, da war Bagger ein tolles Thema, Afrika sehr interessant, Kinderbuch Baby kommt, Kinderbuch Ballett, Kinderbuch Baustelle, das sind zum Beispiel auch Hinweise auf Themen, die eben mehr oder häufiger gesucht werden und dementsprechend eben auch häufiger verkauft werden. Gehen wir zurück zum Thema Reichweite. Ja, wie häufig werden denn Stichworte auf Amazon und Google gesucht und wie ist hier der Trend? Diese Reichweite ist sehr interessant, um das nochmal etwas im Detail zu eruieren. Wir können zum Beispiel bei Amazon sagen, Kinderbuch, wie häufig wird denn das Stichwort Kinderbuch überhaupt von Leuten auf Amazon gesucht? Und zwar nicht nur auf Amazon, sondern wir haben hier auch die Möglichkeit zu gucken, wie häufig wird es auf Google, Instagram und YouTube gesucht. Hier erhalten wir dann eine Schätzung der Anfragen, die pro Monat nach diesem Suchbegriff entsteht. Es sucht zum Beispiel bei Amazon ungefähr 268.000 Leute im Monat nach diesem Keyword. Das ist schon jede, jede Menge. Hier sehen wir im Trend, in den letzten zwölf Monaten hat sich das sogar mehr als verdoppelt. Ja, plus 124 Prozent. Das heißt, es suchen mehr und mehr Eltern höchstwahrscheinlich eben nach dem Stichwort Kinderbuch. Auch Kinderbuchklassiker wird häufig gesucht. Kinderbuch personalisiert, Kinderbuch neu, Kinderbuch schreiben. Scheint auch ein beliebtes Thema zu sein. Und auch diese Keyword-Kombination können wir uns natürlich unserem Buchprojekt zuordnen. Dasselbe kann ich dann machen für Google, Instagram und YouTube. Das gibt mir einfach einen besseren Anhaltspunkt, welche Keywords ich nachher zum Beispiel wählen sollte, damit ich hier eben auch gefunden werde. Dann kommen wir zur Analyse. Die Analyse analysiert die Konkurrenzsituation für ein bestimmtes Thema. Das ist ja auch interessant zu wissen, wenn ich denn zum Beispiel bei Büchern das Stichwort Kinderbuch suche. Wie sieht es da mit der Konkurrenzsituation im Online-Bereich aus? Wir sehen jetzt hier zum Beispiel den Amazon-Bestseller-Rang, der immer angibt, wie gut sich ein Buch verkauft. Das heißt, je niedriger dieser Amazon-Bestseller-Rang, wir sehen hier die Skalierung, umso häufiger wird es verkauft. Das ist ganz parallel zu den Bestseller-Listen von Spiegel beispielsweise. Je tiefer wir sind, umso besser. Die 1 ist das Buch, das sich am meisten verkauft. Genauso läuft es bei Amazon, genauso läuft es im Online-Bereich. Und hier sehen wir eben sehr schön, wenn ich dieses Keyword Kinderbuch bei Amazon eingebe, dann sehe ich auf einen Blick, aha, da kommen diese Titel, werden mir angezeigt und die haben folgende Bestseller-Ränge. An der ersten Position eben den 25er, an der zweiten den 3er und so weiter. Und wenn mich das dann interessiert, wenn ich da ein bisschen in die Tiefe gehen möchte, wenn ich mich ein bisschen näher mit der Konkurrenz-Situation auseinandersetzen möchte, dann klicke ich ganz einfach drauf und gucke mir das nochmal etwas spezieller an. Sieht übrigens sehr interessant aus. Ja, dadurch können wir auch nochmal die Wettbewerbssituation eben besser einschätzen. Können zum Beispiel auch sagen, Kinderbuch, Auto, wie sieht es da aus? Natürlich auch im Kindle-Shop immer möglich, immer für beide Seiten möglich. Und hier sehen wir eben, da sind die Bestseller-Ränge schon nicht mehr ganz so spektakulär. Vielleicht noch kurz, ich kann auch hier, wenn ich dann sage, ah, hier, das ist eine gute Konkurrenz-Situation, kann ich das Keyword natürlich auch meinem Buchprojekt hinzufügen. Last but not least ist natürlich auch interessant zu gucken, naja, welche Keywords nutzt denn die Konkurrenz und wo ranken diese denn auf Amazon? Ja, also vielleicht kann ich ja mir von der Konkurrenz was abgucken und kann dann eben deren Informationen für mich nutzen. Das geht über den Wettbewerb. Ich habe jetzt hier bei Amazon zum Beispiel diesen Der Löwe in mir, in dir aufgeschlagen und habe mir hier die 10-stellige ISBN-Nummer geschnappt und packe die eben hier in den Wettbewerb hinein und lasse mir jetzt einfach mal auslesen. Das geht natürlich nur, wenn das Buch auch entsprechend eine Zeit lang indexiert ist, für welche Keywords denn dafür ranken. Hier sehen wir zum Beispiel, wir haben keine Ergebnisse bekommen. Das wird sich in absehbarer Zeit deutlich verbessern, hier die Trefferquote. Ich hoffe jetzt mal, ich finde einfach eins, wo ich das mal kurz dir zeigen kann. Grundsätzlich bei allen Analysen, die gefahren werden, kannst du auch während der Analyse irgendwo anders hinspringen und irgendwelche Ergebnisse dir nochmal angucken und irgendwann zurückspringen. Du siehst es immer hier rechts in den letzten Anfragen. Die Anfragen werden trotzdem währenddessen parallel eben durchgeführt. Und hier sehen wir zum Beispiel das Ergebnis für dieses Buch, Ayurveda-Küche, sinnliche Ayurveda-Küche, 100 Rezepte für Gesundheit und Lebensfreude. Für diese ISBN-Nummer, es hat einen Bestsellerrang von was, 332.436. Und wir sehen nun, dass dieses Buch zum Beispiel für die Keywords Ayurveda-Gesundheit, Kochbuch-Ayurveda, ayurvedische Küche, Ayurveda für jeden Tag und so weiter rankt. Und hier sehen wir dann, und das ist eine sehr, sehr interessante Information, na ja, auf welcher Position denn bei Amazon? Ja, also je niedriger die Position, umso weiter vorne und am besten oder im besten Fall sollten wir eben mit den gewählten Keywords eben auch auf der ersten Seite, das heißt unter den Top Ten, ranken, damit wir eben möglichst viel Sichtbarkeit bekommen. Das heißt, wenn jemand Ayurveda-Gesundheit eingibt bei Amazon, dann sollte er, na ja, im Idealfall eben unser Buch sehen, ja. Also das heißt in dem Fall dieses Buch, das, und das im Idealfall eben auf der, zumindest auf der ersten Seite. Das sind, ich glaube, 20 Ergebnisse, zumindest da sollten wir gefunden werden, denn dann ist eben die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass unser Buch auch gekauft wird. Je größer diese Position, umso schlechter natürlich, weil, na ja, viele Leute klicken gar nicht mehr weiter wie auf der ersten Seite, sondern entscheiden sich schon auf der ersten Seite für das Buch, das sie nachher eben auch kaufen werden. Ja, soviel zum Thema Keywords. Keywords sind einfach wichtig, weil du sie nachher beim Veröffentlichungsprozess eben angeben musst. Das heißt hier bei Amazon zum Beispiel wäre das hier, bei den Stichwörtern. Du kannst Keywords eben auch mit in den Buchtitel und Untertitel mit einweben. Du kannst später auch eben anhand von Keywords Werbung schalten. Und all das sind Dinge, die nicht nur einmal gemacht werden sollten, sondern eben regelmäßig und auch regelmäßig optimiert, regelmäßig überprüft. Und dabei kann dir eben Buch sehr, sehr gut helfen und zur Seite stehen. Denn wenn du das nicht machst, kann es sehr schnell sein, dass bestimmte Keywords nicht mehr gesucht werden, du für bestimmte Keywords nicht mehr sichtbar bist und dann ganz einfach Sichtbarkeit verschenkst und damit eben auch deine Buchverkäufe leiden. Dann kommen wir zu den Kategorien bei Amazon. Wir nennen sie sogenannte Subgenres. Und auch die können Sichtbarkeit für dein Buch bedeuten. Und eine gute Kategorienplatzierung auf Amazon präsentiert dein Buch eben Stöberkunden kostenlos. Was heißt das jetzt? Naja, die Kunden stöbern sich durch Amazon durch und landen dann idealerweise in einer deiner Kategorien und damit eben auch auf deinem Buch. Wie kann man diese Kategorien nutzen? Zum einen ist eben der erste Rang in einer Unterkategorie. Sorgt dafür, dass wir das sogenannte Bestseller-Siegel bekommen. Das ist natürlich eine tolle Auszeichnung, weil wir dadurch für den Kunden interessanter wirken, mehr Aufmerksamkeit auf unser Buch ziehen und es natürlich auch ein gewisses Qualitätsmerkmal ist. Wobei, das muss man in Klammern dazu sagen, es hat natürlich mit Qualität erstmal gar nichts zu tun, sondern es heißt Bestseller. Das heißt, das ist in dieser Kategorie ganz einfach das Buch, das sich am besten verkauft. Dann erzeugt es eben Sichtbarkeit bei Stöberkunden mit einem gewissen Genreinteresse. Das heißt jetzt zum Beispiel Kinderbuch, Auto oder Kinderbuch generell ab zwei Jahren zum Beispiel wären spezifische Genre und da gucken eben die Eltern durch und würden dann eben idealerweise auf unser Buch stoßen. Und man kann eben bis zu drei Kategorien auswählen bei Amazon und damit eben Sichtbarkeit bekommen. Wir beziehen uns hier stark auf Amazon, weil Amazon ganz einfach 95% des Online-Buchmarkts einnimmt und damit eben, naja, der große Player auf dem Online-Buchmarkt ist. Wie sieht das jetzt konkret bei Amazon zum Beispiel aus? Nehmen wir nochmal das Beispiel mit den Autos, weil es ganz schön war, denke ich. Oder nehmen wir hier mal, was nehmen wir denn hier, das große Auto, Wimmelbuch. Und worauf wir uns beziehen mit Kategorien ist eben genau das hier. Das sind Unterkategorien, die eben nochmal eigene Bestseller-Regen haben. Das ist der allgemeine Bestseller-Rang bei Amazon für Bücher. Es gibt dann noch einen für den Kindle-Shop. Es gibt noch einen für Hörbücher. Es gibt noch einen für fremdsprachige Bücher. Aber das ist der allgemeine, übergeordnete Bestseller-Rang. Das heißt, unter allen Büchern ist das Buch, das sich am 1115 besten verkauft, ungefähr. Aber innerhalb gewisser Unterkategorien können wir eben deutlich besser ranken. Das heißt, diese Unterkategorie Motorradfahren zum Beispiel ist eine Unterkategorie von Büchern, von Sport und Fitness, von Motorsport und dann eben Motorradfahren. Und da rankt dieses Buch aufgrund des Bestseller-Rangs von 1115 auf Platz 1. Und damit erhält es eben diesen schönen Bestseller, dieses schöne Bestseller-Siegel, was natürlich für die Leute irgendwie erstmal besser aussieht, heraussticht, mehr Aufmerksamkeit zieht und eben auch zu einer größeren Kaufwahrscheinlichkeit führt. Das sollte auf keinen Fall unterschätzt werden, diese Genre, Subgenre und die Auswahl dieser Subgenres. Grundsätzlich ist es wichtig, hier, wir können bei unseren Distributoren wieder im Backend, also beim Veröffentlichungsprozess, diese Kategorien festlegen. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, die Kategorien, die wir hier festlegen, egal ob bei Amazon, bei BOD oder bei sonst irgendjemandem, irgendeinem Distributor, sind nie die, die nachher eben zum Beispiel hier im Amazon-Shop dann vorne angezeigt werden. Diese Kategorien gibt es nicht, die werden einfach von Amazon beispielsweise eben entsprechend übersetzt. Das, was wir hier finden, sind eben sogenannte BISAC, also so internationalisierte Kategorien, die dann Amazon eben entsprechend in seine eigene Kategoriensprache übersetzt. Aber wir würden eben trotzdem grundsätzlich das auswählen, was am nächsten rankommt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das Jugend, ob es da mit dabei ist. Möchte mich aber jetzt damit nicht so lange aufhalten. Wie gesagt, das ist dann hier dein Job zu suchen. Naja, wie komme ich am nächsten ran an Piraten, zum Beispiel an das Genre, das ich nachher angezeigt bekommen möchte. Wichtig ist ganz einfach, das, was du hier auswählst, wird in der Regel nicht das sein, was hier vorne angezeigt wird. Zumindest nicht eins zu eins, sondern grob das Thema. Das hier ist aber ganz schön, das können wir selber beeinflussen und selber abändern lassen. Ja, gucken wir kurz auf die Präsentation. Also, wie gesagt, wenn ein User, ein Interessent sich eben hier zum Beispiel durchstöbert und sagt, ach, mich interessiert Motorradfahren, ich weiß nicht, ob das dann hier tatsächlich so ganz perfekt positioniert ist, dieses Buch, weil jemand, der sich für Motorradfahren interessiert, der wird eher hier nach so etwas suchen, der wird jetzt kaum nach einem Kinderbuch suchen. Ich würde vermutlich Bücher, wo sind wir denn da, Kinderbücher, müsste eine eigene Kategorie sein, da haben wir sie doch. Und dann könnte man da zum Beispiel sagen, Fahrzeuge und Verkehr und dann hier sogar Motorräder. Ja, wunderbar. Und hier zum Beispiel wäre das viel, viel besser aufgehoben, dieses Buch. Und eben Eltern, die sich hier durchstöbern, die sehen eben entsprechend 50 Titel. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier werden auf der ersten Seite 50 Titel angezeigt. Man sieht es hier. Und auf der zweiten Seite noch einmal 50. Und zwar alle anhand des sogenannten, das hört hier sogar bei 75 auf, alle anhand des sogenannten Bestseller, also Amazon-Bestseller-Rangs. Ja, und das ist eben sehr, sehr wichtig, denn das ist sozusagen in dieser Kategorie von allen Büchern, die in dieser Kategorie sind, das, das sich am 75 besten oder schlechtesten verkauft. Und das hier ist das, das sich eben am besten von allen 75 Büchern in dieser Kategorie verkauft. Wenn wir über die Zahl 100 gelangen, wenn wir hier auf die nächste Seite gehen, auf die zweite Seite und dann eben hier sehen, dass es bis 100 angezeigt wird. Also das Buch, das hier auf 101 rankt, also hier kommt, das bekommt keinerlei Sichtbarkeit mehr von Amazon bei den Stöberkunden. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir in unseren Unterkategorien, in diesen Unterkategorien, unter den, mindestens unter den Top 100 ranken. Alles, was schlechter ist, heißt, wir bekommen hier keine organische, keine unbezahlte Sichtbarkeit mehr. Naja, und das ist auch eben etwas, wobei, wo uns Buch unterstützen kann. Gucken wir uns das an. Naja, die Subgenres, einmal eben anhand der Analyse können wir die sehr, sehr schön uns genau angucken. Das heißt, welche Bücher gibt es denn zum Bereich, gibt es bereits in einem Subgenre, wie gut verkaufen sie sich und gibt es Gemeinsamkeiten. Schauen wir uns das mal an. Welche Bücher gibt es, wie gut verkaufen sie sich, gibt es Gemeinsamkeiten, Genre, Analyse, Bücher. Und wir würden jetzt zum Beispiel bei Kinderbücher gucken, was hatten wir gerade, Fahrzeuge und Verkehr. Und würden zum Beispiel, könnten gucken in Motorräder, wie sieht da die Konkurrenzsituation tatsächlich aus. Und wie gut verkaufen sich denn die Bücher dort. Jetzt sehen wir hier schon bereits, das füttert sich nach und nach. Das erste, das Buch, das am besten positioniert ist, wir haben es ja gerade gesehen, hat den Besterlagang 3.341. Das zweitbestplatzierte Buch hat bereits den Besterlagang 34.000. Das heißt, der, ich glaube das war es, das Wimmelbuch hier, wäre sicherlich dort besser aufgehoben als in der Kategorie, das es eben gewählt hat. Und so sehen wir eben, dass hier auf der ersten Position ein sehr tiefer Besterlagang vorhanden ist, was gut ist, was für eine hohe Verkaufe spricht, aber dann eben schon sehr stark ansteigt. Und das zeigt eben, okay, so unwahrscheinlich viele Verkäufe werden im Rahmen dieser Kategorie anscheinend nicht getätigt. Wir könnten uns noch die Ebene drüber angucken und gucken, allgemein Fahrzeuge und Verkehr, wie sieht es denn da aus. Da wird es bestimmt um einiges, die Konkurrenz um einiges höher sein. Wir sehen es hier schon, genau, wir sehen es hier schon, das sind schon deutlich tiefere Besterlagang, das heißt, die Konkurrenz hier ist schon deutlich stärker vertreten. Ausgegraut sind die E-Books, weil wir ja in der Bücherkategorie suchen, aber es werden trotzdem immer wieder von Amazon eben dann E-Books mit eingespielt, die aber da eigentlich nichts verloren haben. Für uns sind dann die Bestsellerringe der Bücher in dem Fall entscheidend. Und dadurch können wir eben sehr, sehr schön sehen, welche Gemeinsamkeiten gibt es denn zum Beispiel anhand des Covers. Da haben wir einen sehr schönen Überblick auf einen Streich, können wir direkt sehen, machen die zum Beispiel alle was Ähnliches. Wir sehen hier zum Beispiel die rote Schrift, immer etwas weißer Hintergrund, natürlich das Fahrzeug mit drauf. All das können wir dann uns eben da ganz schön angucken, wie gut sie sich eben verkaufen, ob es Gemeinsamkeiten gibt. Und die zweite sehr, sehr, sehr wichtige Funktion ist eben, ja, wie können wir uns denn dann das Bestseller-Siegel ergattern und wie können wir denn überall in all diesen Subgenres, in diesen Unterkategorien, die ich hier schon mehrmals gezeigt habe, diese Unterkategorien, wie gelingt es uns, dass wir hier möglichst in allen unter den Top 100 sind, damit wir überall kostenlose Sichtbarkeit bekommen. Und auch da hat Buk schon die passende Lösung. Und zwar könnten wir hier reingehen, wieder in das entsprechende Genre, in das wir uns positionieren möchten, und sagen zum Beispiel, wir haben ein Kinderbuch über Fahrzeuge geschrieben, ganz allgemein, und möchten da eben die Konkurrenzsituation eruieren und lassen dann diese Analyse durchlaufen. Und diese Analyse zeigt uns auf einen Schlag, wo, an welchen Positionen welcher Amazon-Bestseller-Rang herrscht. Das heißt, die Position 1 in dieser Kategorie, Fahrzeuge und Verkehr, gucken wir sie uns an. Diese erste Position hat den Bestseller-Rang 293. Die zehnte Position, Nummer 10, hier, hör mal rein, wer kann das sein, hat den Bestseller-Rang 816. Die 50. Das heißt, der letzte Titel auf der ersten Seite hat den Bestseller-Rang 4898. Das steigt natürlich immer in der Regel an, es sei denn, es wurde zum Beispiel E-Book und Taschenbuch durcheinander gemischt. Und so sehen wir eben, dass das Buch an der 100. Position in dieser Kategorie noch den Bestseller-Rang 14.802 hat. Das heißt, und jetzt kommt's, wenn wir uns in diese Kategorie einsortieren oder einsortieren lassen nachher per Anfrage, dann sollten wir mindestens einen Bestseller-Rang besser als 14.802 haben, um überhaupt in die Top 100 zu kommen. Wenn wir das nicht haben, dann, sondern 14.803 in diesem Moment haben, dann werden wir nicht unter die Top 100, zumindest Stand jetzt nicht gelangen. Vielleicht, wenn sich ein paar Bücher verkaufen und sich der Bestseller-Rang dann verbessert, dann rutschen wir rein. Aber aktuell, Stand jetzt, kommen wir nicht in die Top 100. Und damit verschenken wir praktisch ganz, ganz wertvolle Sichtbarkeit, kostenlose Sichtbarkeit, die wir verwenden könnten oder die uns zugespielt werden würde, würden wir denn in eine andere Kategorie gehen. Und hier sehen wir zum Beispiel Autos und Lastwagen. Da sind die Bestseller-Ringe an den Positionen 1, 10, 50 und 100 schon deutlich schlechter. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Buch 15.000 Bestseller-Ring hat, hier oben würden wir nicht unter die Top 100 kommen. Aber hier wären wir locker unter den Top 50, wahrscheinlich sogar unter den Top 20, würde ich mal sagen. Wir können es uns ja angucken. Wenn wir mal an die 20. Position gehen, sehen wir ja relativ schnell, weil das ist ein bester Rang von 81.000. Das heißt, wir würden hier locker in die Top 15 wahrscheinlich sogar gelangen. Und so sehen wir eben sehr schön, ich würde das dann zum Beispiel meinem Projekt zuordnen und würde dann direkt sehen, auch wieder hier im Genre. Ach, das war das Genre, das ich mir nochmal rausgesucht hatte, wo ich rein möchte. Und das sind eben die Kategorien, die wir dann bei Amazon beantragen müssen. Das heißt, wir können die zwar versuchen hier auszuwählen, aber die werden nie 1 zu 1 genauso übersetzt und damit eben anders hier angezeigt. Und wenn wir da was ändern wollen, dann gibt es eben zwei Wege, das zu machen. Das ist natürlich jetzt alles schon dann relevant, wenn dein Buch bereits auf dem Marktplatz sichtbar ist. Und zwar, was können wir machen? Hier sehen wir zum Beispiel, das wäre eine super tolle, hier wären wir mit dem Bestseller Rang 15.000 an der ersten Position. Das heißt, hier würden wir den Bestseller Rang bekommen. Und hier oben würden wir nicht mal unter die Top 100 kommen. Das heißt, so groß ist dieser Unterschied. Ja, das wäre zum Beispiel eine super tolle. Und hier, dieser Strich sagt an, dass es eben gar keine Position 100 mehr gibt. Das heißt, in dieser Kategorie, in dieser Unterkategorie werden gar nicht 100 Bücher aufgelistet, weil gar nicht so viel in dieser Unterkategorie vertreten sind. Motorräder, hier sehen wir es. Damit wären wir sogar mit einem Bestseller Rang von einer halben Million, ist man noch fast in den Top 10. Das ist natürlich unwahrscheinlich toll. Und damit bekommt man hier kostenlose Sichtbarkeit, wo man in anderen Kategorien noch nicht mal sichtbar ist. Und hier würde man an die ersten Positionen gelangen. Wenn man das jetzt ändern möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich wende mich an Amazon, eben in meinem KDP Backend und schreibe hier über Kontakt Amazon an. Und zwar hier Kategorien aktualisieren. Und zwar müsste ich dann schreiben, ich möchte für folgendes Buch, nehmen wir mal an, das ist mein Buch, eine Kategorienänderung beantragen. Dann würde ich eben sagen, das ist die ISBN, Bücher wäre der Shop. Hier oben ist immer das Beispiel mit angegeben. Wir sind auf dem DE-Marktplatz. Es handelt sich um eine Druckausgabe und wir wollen eben in folgende Kategorie. Jetzt habe ich es so blöd groß gemacht. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen in die Kategorie Bücher, Kinderbücher, Fahrzeuge und Verkehr und dann Motorräder. Dann würde ich das eben entsprechend folgendermaßen machen. Wo ist es? Hier, zwar Bücher, Kinderbücher, Fahrzeuge und Verkehr und dann eben Motorräder. Das ist die Kategorien, die ich hinein möchte. Wenn ich bereits drei Kategorien hier habe, dann muss ich natürlich, weil ich immer nur maximal drei haben kann, eben auch eine angeben, die dafür zu entfernen ist. Das sollte natürlich eine sein, die am besten einen höheren Rang als 100 hier hat, weil die ohne Hund nichts bringt, weil wir hier eben keine Sichtbarkeit haben. Genau, und so können wir eben bei Amazon diese Änderungen beantragen. Wer jetzt nicht bei Amazon direkt veröffentlicht, wird natürlich auch dieses KDP-Backend nicht haben. Der hat aber die Möglichkeit, sich bei Amazon eben ein Autorenkonto anzulegen. Und dieses Autorenkonto, da auch hier lassen sich per Klick auf Kontakt eben Änderungen beantragen. Das wäre dann hier eben meine Bücher. Und dann würdest du ganz genauso schreiben, ich möchte eben, dass mein Buch XYZ mit der ISBN oder ASIN, also Amazon-Nummer, das ist dann in der Regel bei, hier sehen wir sie, oder mit dieser ASIN, ASIN ist meistens besser anzugeben, möchte ich eben, dass aus der Kategorie rausfliegt und die und die Kategorie hineinkommt. Und damit haben wir praktisch diese Kategorienänderungen beantragt bei Amazon. Das dauert dann ein paar Tage und dann ist das in der Regel im Frontend sichtbar. Und damit schaffen wir dann plötzlich Sichtbarkeit, wo wir vorher vielleicht gar keine Sichtbarkeit hatten. Ja, das war das Thema Kategorien, Thema Keywords nach der Buchveröffentlichung. Extrem wichtig, extrem wichtig, damit man ja überhaupt kostenlose Sichtbarkeit bekommt. Ja, was kann man noch tun, um nach der abgeschlossenen Veröffentlichung sein Buch zu vermarkten und zu skalieren? Auch da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht. Ohne Buchmarketing gibt es keine Verkäufe. Das Buch, dass es ein gutes Buch ist, ist meistens die Grundvoraussetzung, sonst hagelt schlechte negative Rezensionen und das wird kaum jemand kaufen. Dass es ein gutes Cover hat, ist auch in der Regel eine Voraussetzung. Schlechte Cover, schlechte Titel, schlechte Buchbeschreibungen verkaufen sich einfach nicht. Aber ich kann eben auch meine Verkäufe ein bisschen ankurbeln. Ich kann mein Buch bewerben, bei Buch geht es zum Beispiel, indem ich ein Cover in 3D oder mir kaufe oder ein Buchtrailer. Ich kann Buchwerbung bei Partnern buchen, ich kann Buch Amazon Ads buchen, Keywords auf Keywords oder auf Produkte. Auf alles möchte ich kurz mal eingehen. Wir gucken uns das wieder hier an. Das funktioniert alles über den sogenannten Publisher Plus. Hier sehen wir unser Cover in 3D. Ich könnte hier zum Beispiel eben mein Cover auswählen. Ich habe es ja gerade schon getan. Das war das zum Beispiel. Und könnte mir dann eben entsprechend das Mockup hier bestellen. Oder ich könnte eben sagen, nein, da wird es mir gut gefallen. Oder ich möchte genau das komplette Setting, also alle 27 Mockups für mein Buchcover haben. Später sieht es dann eben, mittlerweile sollte das generiert haben. folgendermaßen aus. Naja, er rackert immer noch, dass du eben hier zwei kostenlose Mockups generiert bekommst. Und wenn du weitere haben möchtest, das eben hier tun kannst. Buchtrailer ist auch etwas, was immer, immer wichtiger wird, was sehr, sehr gut funktionieren kann. Hier siehst du direkt, du kannst verschiedene Trailer auswählen. Fantasy, Romance, Thriller, Sachbuch und wählst es aus, versiehst es eben entsprechend mit den Texten, die du möchtest, die darauf erscheinen und buchst das Ganze. Das sind die Cover in 3D. Das Stichwort Buchwerbung buchen geht über den Buchbooster. Hier arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Das könnte zum Beispiel E-Bookwatcher sein. Hier kannst du direkt, hier siehst du immer, wie viele Follower haben sie, wo macht es Sinn, dass Werbung gebucht wird, bei Buchdeals, in die Autorenbücher, ganz egal, wo auch immer du Werbung buchen möchtest. Siehst du hier, wie viele Follower, wie viele Besucher auf dem Blog und so weiter vorhanden sind und buchst eben entsprechend das für einen entsprechenden Tag. Und damit kannst du auf Knopfdruck mit ein bisschen Investition deine Bücher direkt der jeweiligen Zielgruppe am besten vor die Augen, vor die Linse bringen. Und das ist eben extrem wichtig, gerade am Anfang, gerade am Anfang, wenn du das Buch veröffentlichst, gerade kurz nach dem Veröffentlichungsprozess, ist das extrem wichtig, damit dein Buch eben an Fahrt gewinnt, damit es dieses Momentum aufbaut. Und dafür kannst du eben auch bei Buch Amazon Ads schalten. Das heißt, diese gesponserten Anzeigen, hier, hier oben, das, ich gebe Ayurveda Gesundheit ein und es kommt irgendwas, so ein komisches Werk von, über Quantenheilung, sehe ich jetzt schon, dass das ein Cover von Fiverr ist, sehen immer alle gleich aus. Und hier siehst du, gesponsert, das heißt, dieser Verkäufer hier wirbt auf sein Buch. Und das kannst du bei Amazon eben auch machen. Er wird zum Beispiel sagen, okay, wenn Ayurveda Gesundheit eingetippt wird, möchte ich da bitte erscheinen. Dafür kannst auch du dein Buchprojekt hier wieder auswählen. Kannst sagen, ob wir das um weitere Keywords ergänzen sollen. Es werden direkt die Keywords übernommen, die du bereits im Buchmanager angelegt hast. Und du kannst natürlich auch weitere einfügen. Kannst sagen, Kinderbuch ab vier Jahre und so weiter. Und auf diese Keywords und Keyword Kombinationen schält unser Team dann eben die Werbung. Du sagst, wann es losgehen soll. Du sagst, wie lange soll die Werbeanzeige dauern. Wie viel Budget möchtest du ausgeben? Welche ISBN oder ASIN-Nummer hat dieses Buch? Und buchst das und zack und innerhalb von 24 Stunden wird diese Werbung geschaltet. Und wird dann eben entsprechend auf diese Keywords, wird dann eben die Werbung geschaltet. Und dann solltest du eben auch erscheinen, wenn diese Keywords angegeben werden, wenn denn das Gebot hoch genug ist. Dasselbe geht für Ads auf Produktseiten. Das heißt, wenn ich hier drauf bin auf irgendeinem Produkt, dann wird hier auch Werbung gemacht. Hier zum Beispiel Herzstolpern. Man sieht es hier, diese Werbung gesponsert von Freunde am See. Das ist eine Werbung. Und dann natürlich auch all diese gesponserten Produkte sind Werbungen, die auf dieses Buch geschalten werden. Und auch das kannst du über Buch buchen. Du sagst wieder, welches Buch du bewerben möchtest. Welche Mitbewerber. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn Ayurveda Gesundheit eingegeben wird, möchte ich das vor allen Dingen in diese Bücher. Also wenn jemand, Entschuldigung, zurück, wenn jemand zum Beispiel auf dieses Buch geht, weil das eben ein ähnliches Thema ist, Easy Ayurveda, soll hier und hier und hier im Idealfall vor allen Dingen hier mein Buch mit erscheinen. Dann würdest du hier eben die ASIN nehmen oder die ISBN, die 10-stellige und würdest du die hier mit aufnehmen. Weil das jetzt natürlich durchaus auch ein bisschen länger dauern kann, kannst du einfach auf Kundenkauften auch klicken, kannst diese ISBN eingeben und siehst dann, was die Kunden eben auch gekauft haben, die dieses Buch gekauft haben. Ja, dieses Buch und was die dann auch gekauft haben. Und das ist eben eine sehr, sehr gute Erkenntnis, weil du dann hier eben weitere ASIN-Nummern hast, die ganz ähnlich zu diesem Titel sind, auf die du dann eben werben kannst. Da kannst du dann die eben alle zusammenfassen und dann nach und nach eben hier mit eintragen. Auch hier kannst du anklicken, ob wir die um Mitbewerber ergänzen sollen oder ob es lediglich auf diese Bücher eben dein Buch als Werbung geschaltet werden soll. Dann gibst du noch kurz eine Schlagzeile, du gibst noch kurz dich als Autor oder Marke des Buches an, eine kurze Beschreibung und wann es losgehen soll. Ja, damit hast du schon mal jede Menge Möglichkeiten, dein Buch zu bewerben, was natürlich einfach gerade zu Beginn, aber auch später unwahrscheinlich wichtig ist. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Mit das wichtigste Buchmarketing ist natürlich die laufende Überprüfung und gegebenenfalls eben Aktualisierung der Metadaten. Das heißt Keywords, Genres, denn wenn du in den Genre aus dem Top 100 fällst, dann bist du nicht mehr sichtbar. Wenn du für das Keyword nicht mehr auf der ersten Seite rankst, dann bist du praktisch unsichtbar, auch wenn es jemand, vielleicht jeder hundertste mal auf die zweite Seite klickt. Aber damit wirst du eben zunehmend weniger gefunden und damit gehst du eben unter in der großen Vielzahl der Konkurrenz und verkaufst eben nach und nach immer weniger Bücher oder gar keins. Und damit das einfacher wird, haben wir noch in diesem Monat, spätestens dann im März geplant, eben unser Tracking-Modul freizuschalten. Das heißt, du kannst danach verfolgen, wie gerade der Bestsellerrang deines Buches ist auf Amazon und auf Thalia und bekommst Monatsberichte, ob denn eine Anpassung der Keywords und der Subgenres, der Kategorien bei Amazon notwendig ist. Damit musst du es nicht immer selber überprüfen, sondern wirst von uns einfach per E-Mail darauf hingewiesen. Und last but not least, gerade zum Thema Skalierung, das ja auch wichtig ist, um mehr Bücher zu verkaufen. Du kannst dein Buch übersetzen lassen und damit andere Marktplätze erobern. Das funktioniert insbesondere mit Amazon sehr, sehr gut. Das heißt, bei Amazon kannst du dein Buch auch auf Spanisch übersetzen und dann auf dem spanischen Marktplatz veröffentlichen oder auf dem französischen oder auf dem italienischen. BOD hat auch Marktplätze in Frankreich und Spanien. Sonst kenne ich keinen Distributor, der bis dato andere Marktplätze auf anderen Plätzen der Erde hat. Insbesondere Amazon funktioniert aber sehr, sehr gut. Das sieht man hier. Wir würden nämlich dann hier auswählen Sprache, was weiß ich, Französisch. Und im letzten Schritt, wenn wir hier fortfahren, das ist natürlich jetzt doof, ich muss hier ein bisschen was angeben. Ich mache jetzt wirklich nur Pseudotext rein, damit wir fortfahren können. Im letzten Schritt, im zweiten Schritt wird dann eben das Manuskript hochgeladen, das du ja schon, ja, dir generiert hast bei Book. Das Cover hochgeladen, eine Vorschau und wir gehen weiter. Und im letzten Schritt, hier im letzten Schritt, wäre dann eben anzugeben, ja, welchen Marktplatz möchten wir denn überhaupt ansteuern. Das ist jetzt natürlich blöd, weil ich hier noch irgendwas eingeben müsste. Genau, aber im letzten Schritt wird dann eben festgelegt, welcher Marktplatz. Und da könntest du eben auch Frankreich, Spanien, Italien, USA, Großbritannien oder was auch immer auswählen. Das ist eben sehr, sehr schick und damit eben, Entschuldigung, damit diese Übersetzung nicht sündhaft teuer wird, was denn nämlich sehr schnell passieren kann, weil Übersetzer heutzutage eben sehr, sehr teuer sind und ja, du da bei mindestens 10 Cent pro Wort dabei bist, kannst du auch dein Projekt einfach auswählen. Kannst sogar sagen, ich möchte Metadaten mit übersetzen, also sowas wie die Keywords und die Kategorien und das direkt hier bei Book in die entsprechende Zielsprache übersetzen lassen. Und zwar für einen Bruchteil der Übersetzungskosten. Natürlich muss dir klar sein, das steht auch hier nochmal, dass dieser maschinelle Übersetzungsdienst nicht perfekt ist. Wir arbeiten hier mit Diepl zusammen. Diepl ist das mit Abstand beste Übersetzungs-, maschinelle Übersetzungsprogramm auf dem Markt. Aber die Übersetzungsqualität ist schon sehr, sehr gut. Und natürlich solltest du dann eben im Anschluss, du lässt es hier einmal übersetzen, für einen sehr, sehr kleinen Betrag, in der Regel so ein Roman sind wahrscheinlich 10 Euro, und gibst es anschließend eben eine Muttersprache. Auch da sind wir gerade dabei, eine kleine Datenbank aufzubauen, der das eben nochmal für dich entsprechend korrigiert. Und das reicht dann schon, um eben das Ding wieder als Word-Datei für ein E-Book hochzuladen oder eben als PDF-Datei, wenn du ein Taschenbuch draus machen willst, wählst den entsprechenden Marktplatz aus und schon hast du dein Buch sozusagen nicht nur auf Deutsch veröffentlicht, sondern eben unter Umständen sogar auf Englisch, auf Spanisch, auf Französisch, auf Portugiesisch, auf Italienisch und kannst so andere Marktplätze erobern und praktisch dein Portfolio erweitern mit einer Arbeit, die du eh schon getan hast. Und das führt eben häufig dazu, dass die Buchgewinne in relativ kurzer Zeit exorbitant steigen, weil du dir eben ein viel größeres Produktportfolio aufbaust. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, schreib uns gerne an info-at-book.app. Wir sind jederzeit gerne für dich erreichbar. Jetzt geht es erstmal dran, Buch anlegen, Buch importieren, schreiben, fertigstellen, veröffentlichen, Metadaten suchen, Buch bewerben, diesen ganzen Prozess mal durchzumachen. Und sollten da eben Fragen auftauchen, sind wir jederzeit gerne für dich erreichbar. Wir wünschen dir dabei viel, viel Spaß, viel Spaß mit Buch und natürlich jede Menge Erfolg. Herzliche Grüße und ciao, ciao.